Icarus, Butenmission erfolgreich. Sie sind blind. Beginnen Sie den Ankern. Verstanden. Zweite Stufe abgetrennt. Nähern uns Ziel. Icarus, hier Kommando. Sie sollten jetzt Sichtkontakt zur Station haben. Das ist ziemlich groß, Kommando. Ein ganzer Ring Föderationssatelliten lädt gerade auf. Merrick hier. Wir halten hier unten nicht lange durch. Rein da und erledigt es. Verstanden. Gehen rein. Schwere Föderationverstärkung greifen unsere Bodentruppen an. Lagebericht. Achtung, Merrick. Wir haben es zur Station geschafft. Beeilung, Icarus. Haben wir unten schweren Beschuss. Icarus im Anflug. Es wird heiß. Übernehmen wir diese Station. Dann lassen wir es selber krachen. Anzüge aktiviert. Feindkontakt. In Deckung. Ziele. Zwölf Uhr. Hoch. Kontakt. Ein Uhr. Vorsicht. Die Tragstoffleitung brennt gleich. Sperrfeuer. Sperrfeuer. Kontakt. Ein Uhr. Sperrfeuer. Sperrfeuer. Es kommen noch mehr Ziele von der Zentralluke. Kontakt auf zwölf Uhr. Die Luke sichern. Das ist unser Eingang. Die Luke. Sperrfeuer. 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 Das ist unser Eingang. Sperrfeuer. Sperrfeuer. Das ist unser Eingang. Thompson, wir können nicht stoppen! Bewegung! Ziele! Zwölf Uhr hoch! Achtung, Icarus! Haben die Trägerflotte verloren! Lagebericht! Sind beim Kontrollraum! Wir nehmen jetzt den direkten Weg! Wir müssen die Außenwand durchbrechen! Weiter Druck machen! Mord sie fertig! Kontakt auf zwölf Uhr! Alles sicher! Vorwärts! Unsere Bodeneinheiten mussten sich zum Landeplatz zurückziehen! Sie werden von einer ganzen Dimension angegriffen! Wir brauchen diese Station! Verstanden! Brechen jetzt durch! Die Ladungen platzieren! Ladungen platziert! Hoffentlich funktionieren diese Dinger hier! Sicher! Übernimm die Steuerkonsole! Achtung, Merrick! Wir haben Kontrolle über die Station! Verstanden, Icarus! Übermitteln feindliche Position! Zeigt es ihnen! Okay! Satelliten drei, vier und acht geladen und bereit! Thompson, Abschluss einleiten! Alle Stäbe unterwegs! Stelle Verbindungen zur Zieldrohne her! Drohne erreicht Einsatzbereich! Oh Mann! Icarus! Feuer auf! Schwer gepanzerte Bataillone konzentrieren! Zielerfassung online! Feuern, wenn bereit! Himmel, das haben sie gespürt! Icarus! Ghosts sind auf dem Zug Richtung Südwest, der durch ihr Zielgebiet kommt! Feuer einstellen! Wiederhole! Verbündete auf dem Zug! Icarus! Übertrage Panzerkolonne der Foderation! Vorsicht! Sie sind genau über euch! Die Panzer wurden neutralisiert! Gute Arbeit, Icarus! Thompson, auf das Zielfeuer! Die Panzer wurden neutralisiert! Bodeneinheiten werden flankiert! Besteht Sichtkontakt! Sichtkontakt bestätigt! Ziel wird erfasst! Icarus! Icarus! Bodentruppen werden überwältigt! Gute Arbeit, Icarus! Lokale Truppen können sich um die restlichen Feindeinheiten kümmern! Bereiten Sie sich vor, verbleibende Föderationsschiffe bei... Icarus, warten Sie! Icarus, besteht weiter Sichtkontakt zum Zug Südwest? Bestätigt! Vorherigen Befehl ignorieren! Den Zug erfassen und feuern! Aber Sir, sind Ghosts auf dem Zug? Der Befehl kommt von den Ghosts! Bestätigt! Wiederhole! Bestätigt! Auf den Zug feuern! Thompson, feuern wenn bereit!